Das ist der Himmel. Ich dachte, ja, jetzt brauche ich mir Geistern. Aber ja. Ich habe das erste Mal nicht angesagt und einfach gemacht. Und dann im zweiten Mal haben sie es wieder einfach gemacht. Und dann ist es so schnell geworden. Und dann kriegt man wieder langsam. Und dann hat sie das bald verpägt. Und dann hat sie es angesagt. Und dann kommt die Pizzerwäsche. Gar nicht genug. Das haben wir auch. Aber es ist okay. Und ich denke, keine Doktor. Nein, wir nehmen sie einfach runter. Nein, wirklich. Es ist so. Ich bin spontan. Du bist so gut innen schieben. Als zwei Wochen schieben wir ein bisschen miteinander rum. Und das ist, wenn man es dann trägt. Und dann heisst es so. Dürfen wir nicht mehr rum. Komm, du weisst es noch nicht. Und dann ist es irgendwie eine Hand. Und dann habe ich dann halt. Und dann habe ich dann halt. Länger sprochen kann man jetzt von oben geschirrt werden. Und dann habe ich dann halt immer so nügendwo das sieht. Also sie sind nicht mehr rein. Und dann habe ich halt einfach das weg schon. Und sich dann halt so hier. Ja, dann kann ich ganz einfach so ein bisschen von sich machen. Genau. Und das ist jedes Mal easy für Schlappel. Und hier ist eine Niedunghilfe. Und von daher muss man sich immer wieder dabei machen. Ja, dann haben wir unsicher zu finden. Ja, dann fangen wir dann. Und wenn man mit einem Nezukluss. Ja, dann kann man das weg. Und da haben wir jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020